Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Commod and Conquer 3 Tiberium Wars. Genau, ich habe ja hier letztens aufgehört in diesem Level und wir haben ja in der letzten Aufnahme erlebt, dass der Prime Temple zerstört worden ist in Sarajevo. Kane ist auch erstmal untergetaucht. Schöp. Aber wir haben seinen Stützpunkt knacken können und auch zerstören können. Und ja, wir haben ja durch den Befehl von Redman Boyle mussten wir ja die Ionenkanone aktivieren. Und das hat natürlich auch seine Nachteile vorgezogen, was man natürlich auch in der Filmsequenz gesehen hat. Wir haben ja durch die Ionenkanone haben wir ja jetzt eine Tiberium-Kettenreaktion ausgelöst. Und deswegen sieht die Welt auch jetzt so aus, wie wir jetzt das hier so sehen. Und jetzt mischen sich auch noch zusätzlich die Aliens ein, also die sogenannten Scrims. Genau, und jetzt geht es ja weiter. Und wo ist der Feind? So, ich gehe jetzt mal hier nach oben. Okay. GDI-Plattung Beta ist einsatzbereit, Sir. Ich bin da. Okay. Ich bin bereit. Ja. Okay. Kinderspiel. Sir, die Aliens haben uns festgenagelt. Eine Bewegung und wir sind erledigt. Können Sie uns helfen? Geht klar. Bin schon da. Aliens erledigt. Scharfschützen-Team ist unterwegs. Los, los, los. Und wo ist der Feind? Danke, Sir. Sammeln wir unsere restlichen Männer ein. Gut, also die haben wir schon mal. Das ist sehr gut. Kommt mir bekannt vor. Oh Gott, oh Gott. Okay. Kommt mir bekannt vor. Ja. Okay, jetzt muss ich gut aufpassen. Geht klar. Feindliche Einheiten in sich. Ich bin da. Okay, legen wir los. Sir, diese Aliens haben uns festgenagelt. Wenn wir im Gebäude sind, ist alles okay. Aber sobald jemand feuert, kommen sie durchs Fenster und fressen ihn. Können sie uns helfen? Oh, die Fresse. Aliens. Verdammt, seht euch das an. Feindliche Einheiten sind. Geht klar. Wow. Bin schon da. In den Stad. Venus zieht her. Ich gebe eine Spezialbehandlung. Geht klar. Sie bluten zwar in einer anderen Farbe, aber sie bluten. Macht sie fertig. Ja. Dieser Tripod ist hinüber. Möglicherweise kann ihn ein Ingenieur übernehmen. Oh, scheiße. Wir dachten, sie sind tot. Holen wir uns zurück, was von der Stadt übrig ist. Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Stimmt. Da war ja was. Die kann man ja reinnehmen. Ja, ist egal. Aber ich habe hier jetzt auch keine Ingenieure gehabt. Eine kleine Zielübung. Okay. Positiv. Bin schon da. Nicht so schüchtern. Nein, ich bin angewiesen. Kommt mir bekannt vor. Okay. Kommt mal an da. Die Aliens haben uns am Haken. Helfen Sie uns. Ich bin nur dabei. Auf mich ist Verlag. Ich mach das. Die sind schnell. Die Aliens erledigt. Alle Mann raus hier. Los, 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 los. Danke, Sir. Ich dachte schon, das war's. Nehmen Sie das östliche Kraftwerk ein, um die verlassene GDI-Basis zu aktivieren. Denken Sie daran. Wenn Sie alle Ingenieure verlieren, war alles umsonst. Okay. Wow. Wie lauten meine Befehle? Okay, dann geht's. Neues Bonusziel. Besetzen Sie das südliche Kraftwerk, um den Gefechtsstand zu aktivieren. Das auch noch. Okay. Ja, da bin ich ja gerade in der Ehe. Dann kann ich das ja erst mal machen. Neues Bonusziel. Reaktivieren Sie dieses Arsenal und heilen Sie Ihre Infanterie. Wow, wie viele optionale Missionen ich jetzt hier bekomme, ist ja wahnsinnig. Einsatzziel erreicht. Ich bin da. Positiv. Ach, da unten. Bin schon da. Und Sie, die AI-Platon-Beta ist einsatzbereit, Sir. Okay. Alles bereit. Ich seh's, bin unterwegs. Wen soll ich erledigen? Ich bin da. Ich will Mammutpanzer. Aufgepasst. Gebäude eingenommen. Bonusziel erreicht. Wird repariert. Und wo ist der Feind? So, Moment mal. Wo ist mein Kommando? Gefechtsstand ist einsatzbereit, Sir. Das ist gut. Bin ich blind? Da ist er. Bin schon da. Ich weiß nicht, was ist das? Medikament. Veteranenkiste und Medikament. Und wo ist der Feind? Ja. Einheit besördert. Yo. Kommen mir bekannt vor. Ich bin bereit. Ist er. Ja, die. Haltet die Waffen bereit. Die sind ein bisschen angedünscht. Wow. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Guardian. Kanon. Cool. Melden uns zum Dienst. Respekt. Ausrücken. Ausschwärmen. Wie laufen meine Befehle? Und wo ist der Feind? So. Dann gehe ich erst mal hier. Ah ja, hier sind ja auch noch irgendwo, waren doch hier auch welche. Okay, was liegt an? Geht klar. Wow, der Commandmento ist gleich schon schnell. Was sind hier Aliens? Was sind das für Kissen? Veteranen und... Ah, zwei Veteranen. Einheit bereit. Äh, Moment mal. Verstanden, Commander. Mir wäre es lieber, wenn die Raketentrupps befüllt werden. Ist mir lieber. Einheit befördert. Vorwärts. Jawoll. Ich hab, was ich brauche. Gut, dann wollen wir das ja auch mal erobern. Die Basis ist voll einsatzbereit, Sir. Tune in. Wird repariert. Einsatzziel erreicht. Wird repariert. Feindliche Einheiten in sich. Sehr gut. Was ist das jetzt für Kissen? Geldkiste? Geldkiste? Äh, drei. Geldkiste. Wen soll ich erledigen? Ey. Konzentriert euch! Ja, Sir. Ich bräuchte... eine... äh... das Ion-Technologie-Zentrum. Das wär cool. Gut, dann geh ich... abgeschlossen. Am besten von unten nach oben. Für den ganzen... Vorwärts! Ja, Sir. Feindliche Einheiten in sich. Ausbildung. E-Mission. Das wollte ich jetzt sagen. Ausbildung. Pitbull ist einsatzbereit! Infanterie-Trupp bereit! Die sind zu einem anderen Teil der Verteidiger. Infanterie-Trupp bereit! Ich bin bereit! So, weiter. Das müsste eigentlich reichen. Pitbull ist einsatzbereit! Raketen-Trupp einsatzbereit! Wir sind unterwegs! Raketen-Trupp einsatzbereit! Pitbull ist einsatzbereit! Okay. Nein, das war das Falsche. Hier. Ähm... Das ist... Sieben, glaub ich. Achso, da muss ich auch... was erobern. Raketen-Trupp einsatzbereit! Gut, gut. Und wo ist der Feind? Feindliche Einheiten in sich. Raketen-Trupp einsatzbereit! Geht klar! Predator bereit! Raketen-Trupp einsatzbereit! Einheit befördert! Raketen-Trupp einsatzbereit! Gut. Ja! Aber ich glaube, bei den Bonus-Missionen sind da bestimmt wieder ein paar Aliens. Mit Sicherheit. Bin unterwegs! Grenadier-Trupp bereit! Ich bin da! Bereit und entschossen, Sir! Machen wir sie fertig! Ja! Geht klar! Grenadier-Trupp bereit! Geht klar! Die will endlich wundern! Einheit wird angegriffen! Einheit versördert! BMT einsatzbereit! Komplett-Trupp einsatzbereit! Komplett-Trupp einsatzbereit! Schön, Sie zu sehen, Sir! Jagen wir ein paar Aliens! BMT einsatzbereit! Einheit verloren! Feindliche Einheiten in sich! Alien-Flug-Objekt zerstört! Auf Luft-Flucht-Vektor eintricken! Los! Los! Danke, Sir! Jetzt schlagen wir zurück! Bonus-Ziel erreicht! Ingenieur einsatzbereit! Okay. Die Zone-Trupper... Einheit wird angegriffen! Upgrade abgeschlossen! Bereit! Die Bäume eingenommen! Neue Bauoptionen! Bonus-Ziel erreicht! Einheit befördert! Wird repariert! Arsenal ist einsatzbereit, Sir! Wir können die Infanterie heilen! Wen sollen wir neutralisieren? Was sehen Sie? Perfekt! Ja, das sind... Feindler! Feindliche Einheiten in sich! Guter Schuss! Scanner neues Gebiet! Einheit wird angegriffen! Perfekt! Er ist erledigt! Einheit verlieren! Perfekt! Äh... Scheiße! Er kommt! Einheit wird geschlossen! Das sind die Atempatague! Anliegen zu entdecken! Das sind die Atempatiker! Er ist verreden! Er ist verreden! Er ist verreden! Ich hab dir... Ja, well... So, diesmal denke ich daran... Hier ist nämlich mal so ein Triebport mal auch ein. Wir haben alles im Griff. Ganz ruhig. Einheit geborgen. Bereit, vorwärts. Positiv, wir gehen rein. Jawohl. Jetzt weiß ich allerdings nicht, kann ich den auch hier reparieren? Einheit wird angegriffen. Scheiße, ich habe einen Kommand. Kann ich einen neuen Bauen? Nö. Scheiße. Bodenunterstützung. Ausrücken. Zwiebel. Für Ausstieg bereit, Mann. Einheit wird angegriffen. Ich nähere mich der Landezone. Haltet uns den Rücken frei. Wie ist unsere Position? Lasst sie nicht aus den Augen. Scheiße. Scharfschützen Team. Was ist das? Äh, eine Geldküste. Infanterie-Trupp. Einheit besaubert. Einheit wird angegriffen. Wir graben uns hier ein. Wie meint das halt denn hier? Mit den Scharfschützen. Haltet die Waffen bereit. Alles klar. Jo. Also, die sind natürlich auch gegen Fahrzeuge und Gebäude sehr gut. Und die Tripods. Einheit befördert. Jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte, ist da noch eine Kiste? Geldkiste? Kann man einfach gut gebrauchen. Feindliche Einheiten in sich. So, ich halte dich. Wir schützen ab! Einheit verliegen. Einheit verliegen. Oh, mein Gott. Einheit befördert. Mehr feindliche Einheiten in sich. Einheit verliegen. Einheit wird angegriffen. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Feindliche Einheiten in sich. Einheit befördert. Jawohl. Jawohl. Einheit wird angegriffen. Einheit verliegen. Einheit verliegen. Einheit verliegen. Einheit verliegen. Okay, gut. Hä? Wo ist der Commander? Ach da. Oh Gott. Okay. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Okay, legen wir los. Ich bin da. Kommt mir bekannt vor. Na? Geht klar. Gut, dann gehen wir mal hier nach oben. Ich bin da. Ich bin bereit. Der gehört mir. Einheit wird angegriffen. So, ich brauche ein. Feindliche Einheit in Sicht. Wie lauten meine Befehle? Positiv. Gebäude einladen. Westlicher Schall-Emitter ist einsatzbereit, Sir. Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ihhh. Wird repariert. Scheiße. Mein Tripod muss gleich. Oder... Einheit befördert. Ach, das war ne Heikeste. Aber jetzt hab ich kein Individuum, ne? Ja, aber gut, dass ich ein paar baue kann. Ausbildung. Unsere Basis wird angegriffen. Wird reprägt. Ich hab hier Rekord. Gut. Dann komm mal her. Feindliche Einheiten in Sicht. Ihr Pistbol. Ingenieur einsatzbereit. Bereite Kontrollcodes vor. Jawoll. Perfekt. Gut. Wird repariert. Ja, also die Schall-Emitter sind natürlich sehr gute und sehr starke, äh... ...Verteidigungs-Gebäude. Und sind stark gegen Fahrzeuge, aber auch gegen Einheiten. Fundliche Einheiten in Sicht. Ich hoffe, dass man ihn schnell hat, dass sie jetzt überlebt. Einheit. Ich komm mal... ...leicht mein... ...Trebruch. Geladen und allzeit bereit für den Tanz, Sir. Nein. Nein. Entgegen. Gut. Raketentropfen. Energiezufuhr der südlichen Schalli mit das reaktiviert. Unsere Basis wird angegriffen. Sehr gut. Wir schneiden durch die Aliens wie ein heißes Messer durch Butter. Ja, Gott sei Dank. Bonus-Ziel erreicht. Einheit besördert. Raketen bereit. Seid vorsichtig. Gut. Vorwärts. Ja, dann versuche ich jetzt mal mein Glück. Und greife jetzt den Alienstützpunkt an. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ja, so gut ist er auch wieder nicht verteilt. So gut ist er auch wieder nicht verteilt. So gut ist er auch wieder nicht verteilt. So, da haben wir es. Da haben wir es gleich geschafft. So, jetzt zapfen wir mal eben noch den Strom ab. Das war die Kaserne von den Aliens. Und da wird's. Jawoll. Wir haben Stuttgart von den Aliens befreit. Gute Arbeit, Commander. Perfekt.